Ja moin, wir sind heute beim Reeperbahnfestival. Als gute Nachbarn, wie das so ist, wenn der Nachbar feiert, kommt man vorbei. Ich bin nicht alleine da, sondern Eric und Leath begleiten mich heute eine Runde, lassen sich das Ganze auch nicht entgehen. Und wie man das so macht, als guter Gast, haben wir auch noch was Kleines mitgebracht. Das Kleine ist wieder ein bisschen größer. Er ist unser Mannschaftsbus, der hier einen Tag steht. Und da wollen wir natürlich nachher auch noch mal rein und eine Runde Musikquiz mit den beiden und ein paar FestivalbesucherInnen spielen. Was war das letzte Konzert, wo du da bist? Mein war Post Malone in Belgium, als ich dort lebte. Das war wirklich gut. Ich war eigentlich überrascht. Ich dachte, er würde so gut singen, aber er hat mich viel aufgetragen. Ich habe keine Musik mehr, bevor ich zu diesem Konzert ging. Aber er hat mich überrascht. Und er war wirklich gut. Ich war schon einige Male, ja. Ich war mal auf Kanye West Konzert, ich war bei Drake, ich war bei Sex on the Soul und noch ein paar mehr. Und ich mache das eigentlich immer wieder gerne. Seit Corona war das ja immer so ein schwieriges Thema. Aber ich würde mich freuen, wenn ich mal demnächst wieder mal hin kann. Gibt es so ein Musikgenre, was du am meisten hörst? Je nach Laune eigentlich. Aber grundsätzlich höre ich schon mehr Richtung Hip-Hop. Aber da geht es von Französisch höre ich sehr gerne. Ich höre sehr gerne holländischen Rap auch gerne. Aber auch mal ein bisschen R'n'B und Pop und so gehört auch dazu. Also je nachdem, wie gut ich drauf bin. Und was für dich? Du hast ein Favourite Musikgenre? Ist es einfach nur random? Favourite Musik ist hart, weil ich wirklich liebe viele verschiedene Stylen. Es ist eher wie welchen mood ich bin. Aber ich habe einen Favourite Artist, und er ist eigentlich Swedish, und das ist Håkan Hellström. Ich weiß gar nicht, ob ihn in eine Art von Musik macht, weil er verschiedene Stylen macht. Aber ich würde sagen, Pop, Hip-Hop, wie ein Rock auch. Ich weiß gar nicht, es ist hart. Ich mache alles. Ich kann nicht wirklich sagen. Nice oder Scheiß? Nice Shirt? Deutsch? Englisch, bitte. Nice Shirt, das bedeutet, es ist nicht der beste Preis, sondern der zweite beste Preis. Oh, das ist gut. So, du kannst einen Toothbrush bekommen. Oh, ja, bitte. Oder so. Oder einen Schuhengang. Ich denke, ich nehme den Schuhengang für Paka. Ich nehme den. Danke. Wie wichtig ist Musik bei euch in der Mannsheim? Was für eine Rolle spielt Musik? Wos Team? Für mich ist es sehr wichtig. Ich denke, besonders vor den Spielern. Obwohl, wie wir wissen, Paka ist derjenige, der all die Musik wählt und manchmal ist es nicht perfekt, aber es ist zumindest sehr gut, meistens. Und ich denke, es setzt alle in einem Mood, dass man raus und Fußball spielen möchte und ein bestimmtes Gefühl hat, wenn man auf dem Spiel geht. Also, zumindest für mich ist es auch ein Mood-Feeler. Wenn man eine Art Musik hört, dann weiß man, dass man Fußball spielen möchte. Also, für mich persönlich ist es sehr wichtig. Also, unabhängig vom Fußballschlutenmusik ja eh eine große Rolle. Für die viele oder für die meisten, beziehungsweise jetzt in dem Fall für mich. Deswegen habe ich ja auch da die Führung, dass ich dafür zuständig bin, vorm Spiel auch die Mannschaft mehr oder weniger heiß zu machen. Vielleicht die letzten paar Körner noch rauszuholen mit der Musik. Hast du das Gefühl, dass du dich so hinkommst? Also, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es bei einer Person nicht ankommt. Und das ist unser Trainer Timo Schulz. Der ist nämlich nicht begeistert von meiner Musik. Aber ich glaube schon, dass ich versuche, zumindest dem Rest ein gutes Gefühl zu geben. Und bis jetzt war eigentlich die Rückmeldung eher positiv als negativ. Deswegen mache ich das ja auch. Tatsächlich haben uns die meisten Spieler auch immer, wenn wir gefragt haben, immer gesagt, du bist der beste DJ. Ja, das ist die Frage, ob das jetzt wegen der Kamera ist oder nicht. Glauben nicht, es war auch abseits davon. Und du bist kein DJ? Ist das eine gute Grund? Ich denke, es gibt zwei Gründe. Ich denke, dass die meisten Menschen mit der Musik mit Pakkas. Und ich denke, die andere Gründe ist wahrscheinlich, dass ich einen wirklich verdammten Garten von Musik habe. Ich denke, es ist ein guter Weg, dass wir es jetzt an der Moment haben. Ich mag die meisten Musik. Aber ich würde sagen, dass ich mehr zu schwedische Musik höre. Und ich denke, es würde... Warte mal, ich mache sogar schwedische Musik an. Ja? Ja, du machst das? Ja. Ich mache das nicht einmal jedes Jahr, vielleicht. Aber es ist immer noch etwas. Ich denke, es ist besser, dass es nicht nur schwedische Musik vor einem Spiel zu haben, weil es ist natürlich nur ich, die es verstehen würde. Gibt es da ein Lied, das du immer anmachst, das immer läuft in der Kabine? Nee, tatsächlich nicht. Es kommt schon vor, dass das eine oder andere Lied schon an ein paar Spieltagen läuft. Aber jetzt, dass ich sage, okay, das Lied muss jetzt das letzte sein, bevor wir rausgehen oder so, das gar nicht. Das hängt auch von Ergebnissen ab, muss ich sagen. Also wenn ich ein Lied spiele und wir verlieren an diesem Spieltag oder holen keine drei Punkte, dann spiele ich das am nächsten Spieltag ungern nochmal. Ja. Wahnsinn. Und, äh, do you remind one song that he played that you like the next day you said, okay, I'm gonna listen to it? Nein, nein. It hasn't happened yet. I'm still waiting for it. Oh, it might happen. Not yet. I tried once to give him a Swedish song, but he didn't, I think, I don't know if you even listen to it. Ähm, ja, er hat mir mal einen schwedischen Song gegeben, den ich auch abgespielt habe. Und, ähm, da war ich gerade beim Tape-Inform-Spiel und da habe ich einige Boo-Rufe aus der Kabine gehört. Und deswegen kam das auch ganz schnell wieder weg. Oh, he said it was nice. Ja. Ähm, ja, und sonst, gibt es irgendjemand, der auch gerne mal DJs spielt, auf den, der es selber gerne macht, aber auf den ihr jetzt eigentlich nicht so Bock habt? Ähm, boah, schwer zu sagen. Äh, Torge. Also, Torges Musik ist der pure Wahnsinn. Was kommt da so? Äh, das kann ich gar nicht beschreiben. Also, ich, also ich versuche da wirklich nicht hinzuhören. Das ist jetzt auch nicht übertrieben oder so. Ja, aber das ist wahrscheinlich, warum ich die Musik nicht in der Dressing-Rufe spiele, weil ich eigentlich einige der Musik, die Torge zu hören. Oh, ja, okay. Ja. Ansonsten, ähm, hin und wieder macht Smash, glaube ich, auch. Ab und zu den DJ. Ähm, aber das war's doch, glaube ich, schon, oder? Who else is DJ sometimes? Ja, es ist wahrscheinlich Smash, du. Ja. Schello ist manchmal in der Gym, wenn du nicht da bist. Ja. Er hat einen ähnlichen Style wie Packe, ja. Ich würde sagen. Das sind meistens die Leute. Ja. Schello lebt viel deutsche Musik. Also, sie hören sehr gerne deutsche. Wir sind angekommen am Mannschaftsbus, der hier bereitsteht. Und wie versprochen wird's gleich ein Musik-Quiz geben mit den beiden. Gegen ein paar Leute, die Lust haben reinzukommen und gegen die beiden anzutreten. Ähm, ja, was meinst du? Hallo, ihr habt vorhin schon gesagt, könnte schwierig werden. Ich glaube, wird schwierig heute. Ich hoffe auf Eric, aber, ähm, wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, das klingt nicht zu gut, weil ich hoffe, dass Packe uns helfen wird. Aber, ja, wir sehen. Wir sehen uns. Okay, dann sind wir gespannt und ich würde sagen, wir gehen rein. Okay, wir spielen die erste Runde Musik-Quiz hier im Mannschaftsbus. Wir haben die ersten zwei Kandidaten. Wie stellt ihr euch noch einmal vor? Ja, moin, ich bin Carlos. Mein Name ist Sabo. Okay, und seid ihr gut vorbereitet? Habt ihr vierseitigen Musikgeschmäck? Ja, wir haben den ganzen Tag heute schon ein bisschen geübt und gelernt. Ja. Okay, also, äh, schwierig für euch. Ihr habt vor euch die Entchen liegen, wie ihr seht. Ähm, das heißt, sobald ihr den Song erkennt, einfach einmal quietschen, so wie Packe das hier gerade vormacht. Ähm, ja, wenn alle bereit sind, kannst du losgehen. Ihr müsst deutlich machen, weil man hört's vielleicht nicht so gut, aber ich muss es sehen können. Weil ich bin Schiedsrichter, ich entscheide am Ende, ne? Nur den Titel oder auch Interpreten? Beides. Titel und Interpreten müsst ihr ja erkennen. Okay. Ähm, wir sind sehr streng. Ähm, wir sind sehr streng. Aber mit Dancing Queen. Ja, das ist ja richtig. 1-0 für euch. Ähm, wir spielen übrigens Best of Five. Also wer jetzt erstes Fünf richtige hat, gewinnt. Also 1-0, aber noch nichts verloren. Übrigens, wenn einer was falsch hat von euch, dann darf das andere Team sich beraten und nachziehen. Ihr macht das schon noch. Ja. Eminem 8-Miles. Ne, das ist leider falsch. Der Titel war nicht richtig. Und das ist richtig unter Ausgleich. Stark gekontert. Ja. Wir sind da, wie gesagt. Ja, nächstes. Der Leiner wieder ein bisschen flotter. Backstreet Boys, Backstreet Back. Das war richtig. Ja. Everybody ist leider da. Ja, tut mir auch leid. Nächstes Lied. Ja, ja, ja. Okay, Panboy. Helene Fischer, Atemlos. Ja, das kennt er. Okay. 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 Nächstes Lied. 2-1 steht's. Äh, Justin Bieber, Baby. Das ist sehr richtig. 2-2. Das ist meine Musik. Nächster Song. Sie haben gerade einen Lauf. Ah, das war leider auch wieder hier. Äh, it is Jay-Z. Äh, New York. Is it New York? Ja. But is it a song? In New York, ja. New York something. Ähm, no, is it, it isn't New York. It's like Empire State Building. Empire State Building. Empire State Building. Wie viel lang wurde ich, Herr Nadmar? Ähm, also ... Ich weiß. Das ist leider nicht ganz richtig, ja. Ähm, Elysia Keys, Jay-Z. Ähm, Empire State of Mind. Ja, das ist leider korrekt. Das war sehr, sehr knapp. Es tut mir leid. Was ist das hier? Ähm, it's Drake. Äh, with, ähm, what do I do? Hotline? Ah, ah. Ihr dürft euch beraten. Äh, Drake, One Dance. Korrekt. Äh, wieder der Ausgleich. Ihr macht spannend. Zwei Punkte fehlen jedem noch. Also, nächstes Lied. Ja. Ja. Aber Molly, no woman, no cry. Ja? Ja. Wow, jetzt geht ihr das erste Mal in Führung. Also, für euch nur noch eins könnte ein letztes Song sein. Ohne Druck machen zu wollen. Es geht um eine Quietscheente immerhin. Ja. Ed Sheeran Shape of You. Ja. Korrekt. Ja, das ist schon fünfter Punkt, ne? Tut mir leid. Du hast Ikwaka geschlagen. Du warst auch dabei. Ja, ich war auch dabei. Die Enden dürft ihr als Erinnerung behalten an das Quiz und ein bisschen Radio hören einfach nochmal. Ja, super gemacht. Erste Runde direkt gewonnen. Das heißt, der Druck ist hoch, dass ihr so weitermacht. Wir haben zwei neue Kandidatinnen. Ähm, ja, maybe you would just introduce yourself. Ähm, I'm Rachel. Jamila. Ähm, ja. Und die beiden versuchen jetzt die Ehre für die Festivalbesucherin zurückzuholen. Ähm, what do you think? I think it's gonna be really tough, this one. Ja, we're not gonna win, probably. Because you know each other, right? Ja, we do. Okay, so. Ja, we will see. Jackson's girlfriend, so, yeah. I'm Eric's stylist, but he doesn't listen to anything I say. Okay, also würde ich sagen, erste Runde kann starten. Ähm, ja, the winner is the one who has the first five points. So, okay. The weekend. The weekend. The weekend. The weekend? The weekend. The weekend. Blinded by the light. Oh, we are really strict. Ich glaube, wir sagen den gleichen Artisten, aber nur blindes Licht. Ja, aber auch der Englisch. Okay, so sorry. Kein Punkt. Kein VAR hier. Nächster Song. Das war's you. Spice Girls. Tell you what I want. Does it tell you what I want? Is it your answer? If you want to be my lover. It's not correct again. We would like to keep on listening a little bit. Are you allowed to do that? Yeah. If you want to be my lover. B-A-R. Be my lover. Wannabe. Spice Girls Wannabe. That is embarrassing. Okay. You're really close every time. I'm so sorry. But the next one, I'm sure. Oh. No. It's Rihanna. Under my umbrella. Rihanna, it's umbrella. Oh, they were really fast. Yeah. So first point. For you too. Okay. So next round. Beatles Yellow Submarine. Yes. Totally correct. Correct. English person. You can't go that way with the songs. Because then we have no chance. She's not English. No. I got the star in Hamburg, by the way. No. Nothing to say. Oh, okay. Schiedsrichter. Okay. All your hands there. Yeah. Totally correct. Tut mir leid. Ich hätte euch genommen, aber drei gegen einen. Yeah. Very good. Next one. Red or Chili Peppers, California occasion. Yeah, correct. Very good, Eric. Sehr good. Impressed actually. 2-2. 2-2. Very good for me, Eric. Impressed. Yeah. Harrell Williams happy. Ich weiß nicht, ob er parteiisch ist oder nicht, aber... Ich würde sagen, verdienter Punkt, 3-2. Nächstes Lied, bitte schnell. All of them. I've just got it wrong. Yeah. Black Eyed Peas. Eindeutig. Black Eyed Peas, I got a feeling. Yep. Achso, hast du gesagt. Ja. Ja. Auf jeden Fall. 4-2. Black Eyed Peas, I got a feeling. Yeah. Outcast, hey yeah. Correct. Congratulations. It's your... Do you hear what she says when she has that accent? Or did you just say incorrect every day? Yeah. I didn't understand a word. I just... Don't be sorry. Yeah. Very fair losers. Sorry. Unlucky boys. Better luck next time. So, yeah. The ducks are yours now. Have fun with them. So, dann haben wir schon die nächsten Kandidaten für die dritte Runde. Vielleicht stellt ihr euch einmal kurz vor. Nele. Hi. Und Benni. Moin. Nele und Benni. Hi. Ja, ich weiß nicht, ich hab's eben schon verraten. Die beiden haben die erste Runde gewonnen. Eben die zweite Runde verloren. Das heißt, ja, mal gucken, wo die Reise hingeht für die beiden. Seid ihr guter Dinge? Kennt ihr euch gut aus? Wir sind, ja, auf jeden Fall positiv bestimmt. Wie sieht's bei euch an? Nicht so positiv. Okay. Klingt doch gut. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Song. Ja. Chris Brown mit Beautiful? Die dürfen jetzt nachziehen. Er darf noch bis die 15 Sekunden um sind einmal zu Ende spielen. Ja, Bruno Mars, When I See Her Face. Ja, Bruno Mars, Who Is Right? Just The Way You Are. Ist der Titel. Also, ein bisschen näher schon dran, gibt trotzdem keinen Punkt. Nächstes Lied. Keiner? Echt schwer. Hey, I just met you something. This is crazy. Here's my number. So call me maybe. Okay. Carlyway Jepsen, call me maybe. Oh. Das tut mir leid, aber das war richtig. But she didn't do this. Ich würde sagen, bei dem Punkt eins zu eins, das war so schön gesungen. Das war genau. Jeder am Punkt. Nächster Song. Da wohnt keiner, find the privacy. War auf vier Taschen, Champagner, Becken, Bart. Ich will immer alles tragen. Ich bin Lila, dachte ich stapelt sich mit Nina. Ich bin Lila, dachte ich stapelt sich mit Nina. Ich bin Lila auf der Klappe. 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 Und ihr seid eher so feinschmecker bei Musik. Ja? Eins, eins, eins. Also, wir alle drei haben. Das geht für mich. Oh. Twenty-one Pilot. Wollt ihr auch noch versuchen? Keine Ahnung, Kids oder so heißt das Lied? Ja? Ja, ich weiß noch nicht, wer der interpretiert ist. MGMT? Ja! Ah, geil! MGMT Kids, da hat's richtig gesagt. Klasse. Well done. Nächstes Lied. Nächstes Lied. Nächstes Lied wieder raus. Metallica, Nothing Else Matters. Ja, natürlich. 3-1. Blue Zone? Nein. Blue heißt das? Ja, genau. Du darfst noch weiter zu Ende spielen? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, seid leider raus. Das ist Blue Zone. Blue ist Brown? Nein, nein, nein. Blue Zone? Ja, es ist Blue, aber ich weiß nicht, was die Band ist. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Blue mein Group. Ich glaube, Eifel 65 und dann Blue. Ja, ja. Es sind spannende Kreationen, die ihr hier macht, aber leider auch wieder nicht richtig. Es bleibt beim 3-1. Nächstes Lied. Das ist der Anschlusstreffer. 3-2. Nächstes Lied. Ich würde sagen, wir machen schnell weiter. Linke Park in die End. Ja. Absolut korrekt. 4-2. Könnte nächstes Lied schon euer Sieg werden. Ihr müsst ihn jetzt nochmal ein bisschen aufholen. Nächstes Lied. Mata Ficks. Big City Lights. Ja. Auf den letzten Meter. Mata Ficks. Big City Lights. Big City Lights. Woh! Ja. Ja, diese Mata Ficks. Richtig, tut mir leid, aber ja das war richtig, 4 zu 3 glaube ich, haben wir, ja, nächstes Lied. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Enden sind eure, dürft ihr mitnehmen, zweites Spiel in Folge verloren. Das liegt nicht an uns, das liegt am DJ. Unsere beiden Jungs haben die normale Runde leider verloren gegen unsere Besucherinnen vom Festival, aber wir haben uns noch eine extra Runde ausgedacht, weil er leert als Kabinen-DJ würde ich sagen, muss noch eine Runde spielen. Mal gucken, ob wir deine Musik erkennen. Danke sehr. Erstmal wollen sich die beiden Damen kurz vorstellen. Hi, ich bin Jutta. Sehr schön. Und ich bin die Alina. Freut uns. Dann fangen wir doch mal gleich an, oder? Ich lass einfach mal laufen. Vollkommen richtig. Damit steht's 1-0 für den Favoriten. In the Club, 50 Cent. Das ist leider auch richtig. Damit steht's 1-1. 3-1. 3-1. 5-1. 1-1. 2-1. 4-1. 1-2. 4-1. 5-2. Ähm, Jackson 5, ABC. Richtig. Jetzt steht 2 zu 2. Was für ein genial ausgesuchtes Lied. Ja, bitte. Michael Jackson, Black or White. Das ist richtig. Und jetzt steht 3 zu 2. Das ist echt nicht so. Sehr schön. Aber es ist so schwer, wenn man das hört. Und dann kommt, wenn man schneller weiter singt. Aber man hört die ganze Zeit. Die Lyric. Ja, dann mach's gut. Ich mach's gut, oder? Hätten wir mal die ganze Zeit diesen DJ genommen. Weiter geht's. Wrecking Ball. Malissa ist Wrecking Ball. Das ist richtig. Das Lied liebt 3 Sekunden. Dafür kann ich ja jetzt nicht, oder? Das heißt, es steht 4-2? Ja. Okay. Das ging aber schnell. Wir haben so gut gestartet, Mann. Wir haben so gut gestartet. Ja. Eine Sekunde. Oha. Aha, schon. Und Eric Schmidt. Tim Malone. Äh, Rockstar. Das ist richtig. Correct. Damit steht es 4 zu 3. Weiter geht's. Justin Timberlake, Crimey River. Es steht 4 zu 4, oder? Ja. Das heißt, das ist der letzte Punkt. Das ist crazy in Love, Beyonce. Das ist richtig. Das ist der Sieg. Ich musste leider. Ich hätte euch gern gewinnen lassen. Der war so gegen uns. Aha. Was? Ja, das war's von unserer Musikrunde. Wir haben hier den Sieger mit Eric und Lena, die es deutlich besser gemacht hat als ich. Wir bedanken euch trotzdem bei euch. Ihr könnt, glaube ich, die Enden mitnehmen. Ja. Vielen, vielen Dank. Wir haben zu danken. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das war's von uns vom Reeperbaum Festival in diesem Jahr. Wir werden jetzt noch ein bisschen Lieder üben gehen. Hier gibt's ja ein paar Orte, an denen man das wahrscheinlich noch tun kann, weil der Musik läuft. Ansonsten sehen wir uns bestimmt nächstes Jahr wieder. Bis dahin.